Guten Morgen, Katlus. Das Dorfprojekt hat endlich seinen Höhepunkt erreicht. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Dieses Mal möchte ich das markante Wahrzeichen unserer Stadt verschönern. Genau, unser geschätztes Oliwinger Rathaus. Jetzt guck nicht so, junger Mann. Ein schönes Rathaus ist essentiell für unser Projekt. Ich möchte, dass jeder Bürger und jede Bürgerin von Oliwingen stolz auf unser Rathaus sein kann. Ich habe die Informationen schon als Anschlagbrett geheftet. Also, sieh dir bei Gelegenheit mal nach. Ich zähle auf dich, Katlus. Ja, jetzt zählt immer alle auf mich. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons, meine lieben Zockerstachel. Ähm, ich wollte heute in die Mine. Unbedingt. Und ich habe jetzt echt mal überlegt, ob ich das mal so mache. Ich kümmere mich jetzt um gar nichts heute. Gehe einfach nur in die Mine und gucke mal, ähm, wie weit ich mit dieser Methode komme. Oder? Bisschen was zu Essen natürlich einpacken. Alles an Essen mit, was geht. Und dann gehen wir Rinder. Den ganzen Quark machen wir heute mal nicht zur Not. Ähm, verkaufen wir einfach alles, was wir von den Tieren morgen oder heute Abend noch einsammeln können. Ja, nachdem wir in der letzten Folge noch die rechte Seite der Terrasse gemacht haben, nennen wir es jetzt einfach mal. Der Rasselsteg. Ähm, müssen wir uns jetzt bald nur noch an die linke Seite machen. Also ich gehe jetzt auch nur wieder auf Gold und auf Tiefe. Immer runter. Bam, 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 bam. Und natürlich, muss ich gerade sagen, haben wir hier nix. Also damit meine ich kein Ausgang und so. Doch, da ist er. Ich nehme die Löcher mal mit. Einfach mal gucken. Wir sind jetzt von zwei auf fünf. Hier haben wir noch ein bisschen Gold. Das nehmen wir natürlich mit. Das ist auch Gold. Ah, fuck. Ich kam nicht mehr weg. Ich kam nicht mehr weg. Okay. Ich nehme das Loch jetzt wieder mit. Aber verliert natürlich immer ein bisschen Energie. Aber ich habe ja Essen mit. Ah, das bringt ja auch was. Ist ja nicht so... Könnte natürlich auch ein Riesenfehler sein. Das weiß ich. Ähm, weil ich gar nicht genug Essen davon habe. Ich habe hier nicht schon einen Ausgang gesehen gehabt. Da. Da. Oh Gott. Jetzt mal durchkämpfen hier. So, da, da, da. Gold. Voraussetzungen erfüllt. Nur noch Staub. Das war's für heute. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, bei der zweiten, also bei der ersten Mine sind wir ja bei Stufe 10 unten, bei der anderen waren es 25 oder 30, ne? Also irgendjemand hat ja schon mal ganz am Anfang ich glaube, die gute Senni war es, die geschrieben hat, ist die letzte Mine bis Etage 50 geht, glaube ich. Okay, hier hatten wir keinen Eingang, äh, Abgang, Fußgang, leider wie auch immer. Was war nun? Schon wieder ein neuer Titel oder was? Ja, übermenschlicher Schürfer, aber sicher. Ich würde schon gerne noch einmal gucken, ob ich hier irgendwie... Aua. Ich glaube, ich esse schon mal eine Kleinigkeit hier. Passt nichts mehr, du bist satt. Na gut. Dann passt dieser Charakter auf jeden Fall nicht zu meinem richtig, also zu mir. Ich wäre mein Leben, nur nicht satt, wegen einem Eiersandwich. Wie meine Frau jetzt sagen würde, du hast immer Hunger. Und so sieht die Wanne ja mittlerweile auch aus. Wie hat der gute Bud Spencer immer gesagt? Ich esse, also bin ich. Das ist ein guter Satz. Essen ist was Tolles. Also, wir haben wohl gleich die Hälfte geschafft, wenn ich so weitermache. Wie jetzt, ne? Leiter. Oh, keine Leiter da. Gold nehme ich aber noch mit. Ich bin mal gespannt, ab welcher Stufe dieses andere Material noch kommt. Da soll ja noch dieses, ne? Andere. Das muss ja hier irgendwann kommen. Ich hätte jetzt ab der Hälfte gedacht, aber Dachten sind keine Leuchten, wie man merkt. Das Problem ist, glaube ich, ich kann gleich nichts essen. Er ist immer noch satt. Oha, was ist er denn für ein... Alter, der macht Blitze. Was stimmt denn mit euch jetzt nicht? Oha, was ist er? Ich bin mal sicher. Huh? 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 die können ganz schön nerven und wir ganz schön energie abziehen ich gehe jetzt einfach mal tiefer und tiefer ich kann wieder was essen aber wieder die lassen mich hier ja nicht das war eigentlich ganz gut das sandwich aber warte mal ich will das essen das war nicht so toll so jetzt sind wir erstmal die nerven mir richtig hart ist genau bewusst glaube ich alter da so 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 ok ich guck erstmal ob ich hier vielleicht leiter finde das ist ja das ist ja hardcore hier so 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 verdammt muss ich die vielleicht umbringen für dieses mega geile material so 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 Ich laufe jetzt einfach mal durch, ne? Muss ich ja aber... Was ist das hier? Muss ich einfach mitnehmen, auf jeden Fall. Ah. Das ist das Zeug. Also erst hier ganz weit unten. Oh, das wird ja toll. Ja, gar nicht toll. Hallo, ich will nur einmal nach ganz unten. Jetzt habe ich noch keine Leider bis jetzt gesehen. Mann, es wird auch noch spät. Da will ich mich ja eigentlich beeilen. Aber das hier will ich auch mitnehmen. Was ich habe, habe ich. Natürlich kommt die Dreckse auch genau da. Das habe ich mir einfacher vorgestellt. Ey, natürlich, ne? Oh. Das muss ja jetzt so sein. Das nächste Mal probiere ich es gleich ganz vorne. Wenn keine Treppe. Da ist gleich eine da. Arschloch. Ist gleich geschafft. Gleich habe ich es geschafft. Ah, den muss ich mitnehmen. Oh, ich sehe es schon kommen. das ist zu spät. Ich schaff's nicht. Ja, ja, ich bin auch müde. Das kackt dir mal nicht ins Hemd. Wir müssen schnell die Leiter finden. Boah. Oh, da ist sie. Wow, du hast es bis hierher geschafft. Ich bin verblüfft. Ah, du dich so ins Zoll gelegt hast, gebe ich dir etwas Besonderes als Belohnung. Grab nur weiter und gib dein Bestes, okay? Klar. Diamant mal drei vom Magna-Gonum erhalten. Wow. Wäre cool, wenn ich von diesem Zeug schon so viel zusammen hätte am Ende. Das ist für den Hammer reicht, ne? Das wäre so das Erste. Umso schneller kommt man in der Mine voran, ne? Aber das glaube ich nicht. Dafür war das viel zu wenig. Du brauchst jetzt bestimmt für die neuen Werkzeuge bestimmt so 20 von dem Zeug oder so. Würde ich mir jetzt so... Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Gut, wir gehen jetzt einfach in Bett. Ja. Heute wurde nichts verschickt. Ne, ist auch überhaupt nicht schlimm. Meine lieben Zockerstachel. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben freuen. Wenn ihr neu seid, über ein Abo und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Bis dennne. Bis dennne. Untertitelung des ZDF, 2020